Jo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Allesklardaross. Zu einem Lucky Block Battle wieder mit 64 Banana Lucky Blocks und dem Daross. Das sind Bananen. Ja, ich habe eh die längste Banane. Das ist schon mal klar. Immer der, der sagt, er hat es nicht. Natürlich, meines mindestens fünf Zentimeter länger als deine. Nein, sicherlich nicht. Sicherlich doch? Sicherlich nicht. Hallo? Sicherlich nicht. Sicherlich doch. Du weißt, dass immer der, der sowas sagt, wenn man sowas von sich behauptet, er das Gegenteil besitzt. Ja? Ja. Das weiß ich nicht, Mann. Dickfoto WhatsApp-Beweis. So zehn Minuten später kriegt er aus'n Dickpick. Ja, ist ob. Kann es sein, dass die Banana-Dinger nur scheiße droppen? Ja, ein bisschen. Was? Was? Was, was? Alles gut. Hast du wieder krassen Scheiß bekommen? Ja. Ja. Nee, ist klar. Warum ist einfach... Warum sind die Pickaxes und Äxte einfach viel besser... Zu OP? Als das Schwert. Ja. Ja, mein Freund. Das ist leicht komisch. Aber gut. Dann mach ich dich mit der Pickaxe kaputt. Oh, alter. Ich krieg grad echt nur Scheiß, ne? Also mein Schwert ist stärker als deins. Ja. Glaub nicht. Mein Schwert hat mehr Damage als äh... Andere Gedöns. So. Ey, ich muss hier jetzt erstmal ausmisten. So, ich bin fertig. Ja? Wie sieht's bei dir aus? Ja, ja? Nee, nee. Wie die Gonzales. Der einzige... Was kommen wir denn hiervon noch? Ey, ich krieg hier nur Dreck. Äh, mir bringt ja alles nicht viel... Dreck! Oh, da ist ein Schwert. 124, nice. Wenn du hast Dreck, hast du auch dieses Swag. So, slash die M. Dann kommen wir nämlich ins Deathmatch. Ins Deathmatch. Ey, mein Freund. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier so mache. Zack. 20. Zack, zack, 20. Ich habe jetzt nämlich noch ein paar Sachen geupgradet. Äh, du weißt, dass man nicht upgraden darf manchmal. Ja? Ja. Glaube ich aber schon. Nein. Was machst du für eine Scheiße immer? Ah, endlich habe ich Rüstung bekommen. Cool. Da war keinerlei Rüstung. Oh mein Gott. Zack. 80 kommen, das machen wir noch hoch. Das ist so komplett betadet. Jo, was ist das denn, Mann? Ich bin komplett betadet. Ja, da hast du mal voll recht. Zack, zack. Ey, ich habe nur zwei Rüstungsteile, richtig behindert. Okay, Schwert. Das. Das. Ich habe Pfeile bekommen, aber kein anderes Zeug, richtig behindert. Mach ich ja überhaupt, ich habe gar keine Level. Ich bin doch so komplett behindert, Mann. Ich bin komplett behindert. Okay, jetzt mal was slash DM. Ich bin fertig. Ich bin komplett behindert. Wir sind komplett behindert. Ja, aber du bist komplett am Arsch. Du bist komplett am Arsch. Spawn Point. Spawn Point. Und ich würde sagen, es geht los. Okay, 3, 2, 1, los. PvP Action. Wo ist der? Amina. Da hinten ist er. PvP. Was? 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 Ready? Ja, ja. 3, 2, 1, los. Holy shit. Was war das denn? Äh, denke ich mir auch gerade so. Ich habe ihn wieder. Was ist das, Mann? What the fuck? Ey, Junge. Jeder noch ein Leben. Alter, auf geht's. 3, 2, 1, los. Holy shit. Nein! Ja, gerade. Du bist gebohrt. Holy shit. Okay, das war aber ein richtig heftiges, knappes Battle. 2 mal gegenseitig. Ey, wie behindert ist das denn, Mann? Holy shit. Die Bananenwaffen sind OP, Mann. Ja, schon. Aber die Rüstung hört ja gar nichts aus. Ich dachte auch, dass die Rüstung irgendwie mehr aushält und wir uns in voll das Battle liefern, aber... Voll behindert. Ich habe... Warte, wie viel Schaden macht ihr, wenn ich mit der Faustschlage? Macht das viel Damage? Ich kann mich gar nicht mit der Faust, ah doch. Ne, überhaupt nicht. Gar nichts, oder? Ne. Ne, ich kriege auch gar kein Damage. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut beim Darus vorbei und tschüss. Tschüss. Ah, ich gucke mal schon wieder. Hahaha. Hahaha. Hahaha.